Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Techniques auf Nintendo Switch. Und beim Online-Rang-Match. Ich bin von Neuer, Gameplays als Hobby. Und ja, wir suchen den nächsten Gegner. Und versuchen uns warm zu spielen mit dem Logok. Oh, wir haben schon den neuen Gegner. Wen haben wir denn? Oh, schon wieder der Dominik aus Kroatien. Yay! Na gut, mal schauen, ob wir den diesmal hinkriegen. Kleiner Revanche-Kampf. Oh, ja. Brownie-Line. Oh! Mist, er war schneller. Treffen sollte man vielleicht können. Ich glaube, der strengt sich gar nicht mehr richtig einmal, er weiß, dass ich nicht so gut bin mit dem. Mit mir hat er wohl leichtes Spiel. Ach man, ich hasse diese Attacke. Ich war gerade am Ausweichen. Und schon wieder 2-0. Hey. Haha. Der musste sich noch nicht mehr Mühe geben. Als gegen den Computer war es wirklich wieder was anderes. Haha. So, vielleicht kriegen wir jetzt einen anderen Kämpfer, ich weiß ja auch nicht. Okay, das war Pokémon Tekken Dx auf Nintendo Switch mit Logok. Mit dem ich noch nicht so gut bin. Und von Löwe Gameplay als Hobby. Und mit Dominik aus Kroatien. Und er hat natürlich wieder gewonnen, wie beim vorigen Teil auch. Ähm. Trotzdem danke fürs Spiel. Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Auf Wiedersehen. Und tschüss. 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 Tschüss.